Wir sind hier auf der Wrapping-Mail und Steinl hat ein super cooles neues Produkt. Das ist jetzt Prototyp, aber ihr könnt gespannt sein, was da kommt. Ziemlich cooles Teil. Wir schauen mal drauf. Und zwar ist das hier ein... Akku-Heißluft-Föhn. Akku-Heißluft-Föhn? Jawohl. So was kann der, was macht der? Der kann maximal 500 Grad. Und kommt innerhalb von 5 Sekunden auf 300 Grad. Mit 250 Liter Luftmenge. Also auch geeignet für flächliche Bearbeitung. Ziemlich cool. Ich kann das mit der Pony verbringen. So was ich ziemlich geil finde. Der ist nicht schwer. Das ist der aktuelle Prototyp und das ist eigentlich das Teil, wo wir so drauf gewartet haben. Jetzt sagen wir mal, okay. Na, da sind wir. Genau. Schauen wir mal so hin, wo wir drauf gewartet haben. Es ist nicht schwer. Das ist ein cooles Teil. Und das ist das, was ihr in der Tasche dabei haben wollt. Natürlich nicht, um ein komplettes Fahrzeug die ganze Zeit durchzufolieren. Aber für ein Add-on ist das super geil. Okay, jetzt machen wir das Ganze noch. Okay. Jetzt machen wir das Ganze noch. Untertitelung. BR 2018